Hey, Chef da oben. Abgesehen davon, dass keiner Essen hat. Wir sollten uns über dich und Kenny sprechen. Was über uns? Sie diskutieren. Es geht ziemlich aus der Hand. Du weißt, Leute haben das. Schau, ich arbeite meinen Arsch auf, um sicher, dass wir hier ein gutes Setup haben, und Kenny hat das einfach nicht geprägt. Alles, was wir brauchen, ist Essen. Aber es ist kein Essen. Du weißt das besser als jemand. Na gut, wir müssen nur noch etwas finden. Bleib auf. Gut. Die Essen-Gebra-Option behalte ich mir erst mal noch vor. Ist er okay? Ich weiß nicht. Kannst du mir kurz eine Hand geben? Ähm. Klar. Was braucht ihr? Einfach etwas Druck hier, während ich es versuchte, um es abzuhalten. Du weißt, ich dachte, dass ich an dieser Stelle beginne, die Menschenrechte aufzuhalten. Aber ich meine, Kutzen und Breusen sind eine Sache. Aber, Lee, dieser Mann hat keine Leger. Oh, die Frau möchte Freiraum. So, was machen denn Grubi und Grummel? Oh, erst mal. Ja. 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 Die Neue sind. Die Neue sind. Die Neue sind. Die Neue sind. Ja. Wir sind nicht dumm. Komm mal, Larry. Kutli ein bisschen slack. Er weiß, dass du gerade hier bist, um zu schreien zu schreien. Er hat mir gesagt. Wie er versucht, um zu schreien zu schreien. Er... Ich brauche nur ein paar Essen. Wenn du das langer Gehörstchen ohne eine properer Beobachtung macht, würde niemanden krank. Ach ja, und... Hör auf, mich so anzuschreien! Herr. Lilly thinks we should through these new people out. Damn right! There's too many people hanging around here as it is. You've got to talk to Lilly about getting along with Kenny. Lilly can make her own friends. It's not about making friends. We're all in this together. We gotta start acting like it. Uh, stuff all that. We'd be fine without you. Ich spar mir mal die Kuppe da. Weniger schreien ist ein Anfang. Wir haben hier also Ben und Mr. Parker. Das kann nur schief gehen. Ein Spiderman würde dieser Gruppe sicherlich ganz gut tun. Das Ding funktioniert nicht mehr, ist es? Nein, nicht seitdem es auf der Kuppe ist. Ja, wenn das okay ist. Ich brauche es. Es ist okay, hon. Du sagst, du glaubst nicht, dass sie uns finden würden. Ja, aber das ist nur weil... Aber wir können sie finden. Schau, Clementine. Immer schön am Herzen tragen. Wie geht's, Clementine? Alles gut? Ja. Ist der Mann okay? Es sieht gut aus, Clementine. Es sieht gut aus. Oh, okay. Ah ja. Also nur illusioniert und nicht mutig. Ich bin gut aus. Ich bin okay. Ich und Clementine sind coloriert. Schau, was es ist. Ich weiß nicht. Ein Hund? Nein. Oh, ich weiß. Es ist ein Hund, oder? Nein. Ich bekomme dich später, Doc. Tschüss, Lea. Tschüss, Lea. Worte kommen, dass du den Motor in den lassen willst. Ich weiß nicht, Lea. Das ist wahrscheinlich unser Bestes. Mhm. Schau, du bist gut für mich und meine Familie. Du schaust Duck aus diesen... ...monsteren. Und du bist mit Larry in der Krankenhäuser. Ich werde das nicht vergessen. Du und Clem sind willkommen willkommen mit uns. Hm. Der Kurs ist eine smarte Idee. Vielleicht ist das beste. Ich weiß, dass es ist. Ich nehme meine Familie. Tja, wenn es die Gruppe aufteilt, dann... hm. Ist das Essensproblem nicht mehr ganz so groß, glaube ich. Hm. Hm. Wir müssen nachdenken. Hm. Hm. Wir müssen nachdenken. 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 Ich kann dir nicht sagen, was zu tun. Aber was auch passiert, ich weiß, dass du die richtige Sache machen kannst. Ich weiß nicht. Danke, Carly. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich weiß, dass wir für die Schäden sind. Aber nein. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Drugs? Ja. Ach, weißt du was? Du hast du selbst was gesagt. Die anderen sollen was kriegen hier. Hier. Also wird es wirklich nicht gut, dann habe ich halt zwei Sachen zu vergeben noch. Hier. Ich will nichts von dir. Ich will nichts von dir. Du musst essen. Das ändert nichts. Du bist neu, du hast bestimmt gerade gegessen. Nicht mehr ansprechbar. Hey mein Großer, wie wär's mit noch mehr für dein Herz? Hier, Larry. Lilly will you keep your strength up. That girl needs to quit worrying about me so much. Oh man, just seeing the food is driving me crazy. Ihr könnt es ja teilen. Ich bin nicht so schwer. Ich bin nicht so schwer. Ich weiß nicht, wie du das hast, um das zu machen. Wir sollten einen Essensplan machen. Ja? Ich bin so richtig, dass ich das nicht so richtig bin. Ich bin so richtig, dass ich das nicht so richtig bin. Ken, zurück. Es ist nichts... Ich bin so richtig, dass ich das nicht so richtig bin. Ich glaube, ich bin so richtig. Ich weiß, vielleicht ist es für die Besten. Wir sind bereits zu kämpfen, um unsere eigenen Kinder zu schützen. Das Mann, du hast, ich versuchte, aber er wird niemals überleben. Ich bin so, dass er nicht mehr unser Problem ist. Was für den anderen Kinder? Hör auf. Waaah, alter! Ähm... Alter, geh weg! Hau ab! Mr Parker! Zurückziehen! Waaah! Alter, alter! Ich fiss dich! Irgendwas! Drück was! Links, rechts, oben, unten! Geh mit dem Daumen! Huuuuuu! Alter, hau ab! Nimm deine Zähne woanders hin. Aua. 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 Alter. Warum kannst du nicht zuschlagen, du Wichser? Gleich die Axt in den Schädelramm, Alter. Du sagst, er war nicht zerbitten! Was? Wir fragten dich, ob er zerbitten war und du sagst, nein! Er war nicht! Du bist kein Zähne, er kam zurück in die Leben und versucht, meine Frau zu töten! Was? Warte, ihr alle nicht wisst? Was zur Hölle bist du? Es ist nicht der Zähne, der es macht. Was ist das? Du kommst zurück, egal wie du sterben. Wenn du nicht zerstörst den Schädelramm, ist das nur was passiert. Es wird passieren für alle von uns. Wir sind alle infectiert? Alle? Alle? Ich glaube so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich... All ich weiß, ist, dass ich viele Leute rüberfüllen, die ich weiß, nie wurden. Als ich erst gesehen habe, wir waren alle in einem Gym, und alle glaubten, dass wir endlich sicher sind. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, glaube ich... Ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat ein paar Pille. A viele von ihnen. Einige kamer in die Mädchen die nächste Morgen, und... Gott. Back off! Huh? Whoa, Lady, relax! Me und mein Bruder, wir... Wir wollen nur wissen, ob y'all können uns helfen. Ich sagte, back off! Carly. Du bist hier verletzt. Du bist hier verletzt. Just turn around und zurück. Okay. Das ist gut. Aber du würdest du wirklich helfen, ein fellow Survivor, wenn du mit etwas extra Gas bist, bevor wir gehen? Warum brauchen wir Gas? Wir brauchen Gas. Unsere Ort ist verletzt durch eine elektrische Fence. Generations provide die Elektrische. Unsere Generations fahren auf Gas. Wir haben ein Dairy Farm ein paar Kilometer auf der Straße. Und wenn du dich bereitst, zu reduzieren, dann können wir über eine Art Verkaufnahme sprechen. Wie geht ihr mit dem Essen? Wir haben viel bei der Dairy. Leigh, warum nicht du und Mark schauen, den Ort zu sehen, ob es legit ist? Ich gehe mit dir. Ich habe deine Brüche, wenn es etwas gibt. Also, was du denken? Ich gehe mit dir.